Schön, dass du dabei bist. Ich bin Linda und in diesem Video zeige ich dir ein Warm-up für deine Sing- und Sprechstimme. Wichtig ist, dass du in diesem Warm-up darauf achtest, in deiner Stimmlage, in deiner bequemen Lage zu bleiben und gar nicht unbedingt meine übernimmst. Lass uns einfach direkt zusammen loslegen. Wir starten im Stehen und du kannst zunächst einen Blick auf deine Füße werfen und dann überprüfen, ob sie parallel zueinander stehen und die Fußspitzen gerade ausgucken und du ungefähr hüftschmal stehst. Die Knie sind locker und durchlässig und zuerst strecken und recken wir uns gemeinsam. Schau, was dir heute gut tut und dann nimm gerne ein Gähnen dazu. Gleich noch mal Gähnen und Strecken. Sehr schön. Jetzt nehmen wir zu dem Gähnen auch noch die Stimme dazu, also Strecken, Gähnen und die Stimme. Starte bitte in deiner bequemen Lage, so wie ich in meiner. Gleich noch einmal. Sehr gut. Klopfe jetzt leicht dein Brustbein ab und nimm auch hier die Stimme dazu mit einem. Das Abklopfen kannst du je nach Wunsch intensiver gestalten oder ein bisschen leichter machen. Wunderbar. Wir bleiben beim Summen und kommen damit in ein genüssliches Kauen. Du kannst dir gerne vorstellen, dass du vielleicht gerade ein Stück deiner Lieblingsschokolade isst. Und dann streich gerne auch noch mal deinen Kiefer mit mir aus. So zwei, drei Mal. Und schau, dass so ein bisschen Platz zwischen den Backenzehen ist und der Platz darf gerne bleiben. Zum Abschluss lassen wir die Stimme noch einmal auf Hu, Loopings fahren und nehmen die Arme dazu mit. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich starte mit einem Arm. Hu. Mach es gerne direkt mit mir zusammen. Hu. Wir nehmen den anderen Arm. Hu. Und beide Arme. Hu. Vielleicht hast du jetzt beobachtet, dass ich ein bisschen in die Knie gehe beim Hu. Mach das gerne zu Hause und probiere mal aus, wie sich das für dich anfühlt. Hu. Hu. Prima. Du kannst die einzelnen Teile natürlich variieren und jeweils länger machen, wenn du möchtest. Ich hoffe, du fühlst dich stimmlich etwas aufgewärmt und wenn du das Gefühl hast, ich möchte noch etwas machen, dann mach einfach eine kleine Stimmenübung hinten dran. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Tschüss. Prima. Kalt. 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 Kalt.